Guten Morgen Börse Gemeinsam mit XTB heute am Dienstag, den 28. November 2023 und heute wollen wir uns mal einen Blick gönnen auf den Kryptobereich und hier ganz besonders auf die Aktie von Coinbase. Finde ich gerade super spannend ehrlich gesagt. Ist mir so ein bisschen, naja durch die Lappen gegangen ist das falsche Wort, aber zumindestens mal, ich habe gar nicht so wirklich mitbekommen, wie steil die Aktie innerhalb der letzten vier Wochen, Roundabout ungefähr gegangen ist auf der Oberseite. Der neue Jahresruf markiert, profitiert enorm aktuell natürlich von einerseits den Entwicklungen rund um Binance als Konkurrent im Bereich Kryptobörsen generell und wenn auch die strafrechtliche Verfolgung dort durch die US-Justiz eingestellt wurde vergangene Woche, ist es doch so, dass Coinbase als großer Gewinner hervorgehen könnte, ganz besonders mit Ausblick auf den Bitcoin ETF und den Umstand, dass ja Coinbase hier in Kooperation beispielsweise mit BlackRock zwecks Verwahrung der Bitcoins, dann der physisch akkumulierten, um dem ETF einen realen Touch zu verleihen in Anführungsstrichen eben fungieren soll. Und darüber hinausgehend ist es auch so, dass aus, ja, wie gesagt, rein technischer Perspektive die Konstellation gerade ziemlich interessant wird, eventuell für kurzfristig ein Pull-in-Trade. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen arg heiß gelaufen, also wir haben Chancenrisikofällen, ist technisch, schaut das nicht mehr sonderlich attraktiv aus. Bevor ich mal weiter rede, zunächst der Blick auf den Risikohinweis und dann gehen wir in die Charts, in die X-Station und alle weiteren Details folgen. Also die Vision CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste dann Risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Insofern das für einen dann von Interesse ist, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständiger Risikohinweis auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend kontaktiert gerne den Berliner Support, Kundensupport, Telefonnummer, folgt zugleich inklusive E-Mail-Adresse. Bevor ich die präsentiere, kurz in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos zu stellen, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse von xdb. Wenn ihr Fragen haben solltet, Zwecks Kontoeröffnung, Zwecks X-Station, Zwecks Produktpalette, wie auch immer, wie gesagt, gerne kontaktieren. Einmal xdb, vielleicht als Broker vorgestellt, bester CFD Brokersjahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr einmal hier links aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation und auf die wollen wir jetzt einen Blick uns gönnen und einen Blick auf die Aktie von Coinbase werfen. Also, ich hatte gerade eben ja schon gesagt, relativ steil gegangen. Relativ steil bedeutet an dieser Stelle, das ist immer so ein bisschen ein dehnbarer Begriff, also ich quantifiziere das immer sehr, sehr gerne, damit ich das auch duplizieren kann für die Zukunft. Wie definiere ich einen überdehnenden Modus beispielsweise? Eine Herangehensweise meinerseits, ich arbeite mit sogenannten Keltnerkanälen. Keltnerkanal kann man sich wie folgt vorstellen. Es handelt sich, wie auf der Periode von 10 beispielsweise, es handelt sich um einen Kanal, der um eine gleitende Durchschnittslinie gelegt wird. Ich nutze in diesem Zusammenhang beispielsweise die 50-Tage-Linie, 50er EMA ist es an dieser Stelle. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Ich will das mal vielleicht ein bisschen so herausragender machen. So, also die rotfarbene Linie, das ist die 50-Tage-Linie in meinem Fall. Und dann schauen wir uns an dieser Stelle eben an, wenn wir uns 5 ATR, also die durchschnittliche Schwankungsbreite pro Tag, von dieser 50-Tage-Linie auf der Ober- bzw. auf der Unterseite wegbewegt haben. Dann schauen wir uns eben an, ob wir das obere Kanalband bzw. das untere anlaufen. Und so quantifizieren wir, so bin ich sehr spezifisch im Hinblick auf eben die Überlegung, handelt es sich hier um einen überdehnenden Modus nach meinen Kriterien oder eben entsprechend nicht. Und so, was wir jetzt hier an dieser Stelle machen wollen, ich nehme das wieder raus. Wir sehen offensichtlich diesen überdehnenden Modus aus dieser Perspektive, also das ist ein Kriterium, was erfüllt ist. Und wir sehen eben auch, dass wir offensichtlich in Coinbase jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit sehr, sehr starke Aufschläge zu sehen bekommen haben, neue Jahreswuchs markiert haben. Den Monat begannen wir rund um 70 Dollar, ein bisschen höher, 72 Dollar oder irgendwie sowas. Pi mal Daumen, ja ungefähr so Pi mal Daumen. Und dann kam eben die Spekulation auf. Wir erinnern uns, wir hatten das ja auch hier im Guten Morgen Börse häufiger zum Thema gemacht. Bitcoin, Bitcoin ETF, die Spekulation diesbezüglich hier ging das ja ganz besonders im Sommer dann los. Ich glaube, der Antrag wurde gestellt von BlackRock, war es Mitte Juni, glaube ich, aber das kommt relativ gut hin. Also wir sehen auf jeden Fall hier eine deutliche Beschleunigung, die uns damals über 100 Dollar auch geführt hat, wo dann auch ein scharfer Pull-In erfolgte. Auch Bitcoin hat ja relativ, also ich meine, das Momentum ist erkennbar. Das war hier, dieser Ast ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, auch Bitcoin hat jetzt nicht irgendwie die Kursexplosion auf der Oberseite in irgendeiner Form zu sehen bekommen. Vielleicht auch deswegen, weil einfach noch so viele Unsicherheiten diesbezüglich. Gibt es wirklich eine Zusage? Und dergleichen, die SEC hat sich ja unglaublich Zeit gelassen. Wie erfolgt dann eine Zusage? Gibt es eine teilweise Zusage? Weil es waren zum Beispiel BlackRock, Fidelity oder auch ARK Invest, die haben Anträge gestellt. Es ist dann so, gibt es eine Komplett-Zusage? Gibt es nur teilweise Zusagen für ETFs und so weiter und so weiter und so weiter? Und das zieht sich seit einiger Zeit, aber die Anzeichen, die verdichten sich eben nun enorm in die Richtung, dass es dann spätestens Mitte Januar dürfte dort final das Go erfolgen, eine Zusage eben tatsächlich geben könnte für einen Bitcoin-ETF seitens der SEC. Und das würde wiederum, so hatten wir es ja auch hier zum Beispiel lesen können, im Nachrichtenbereich, da gibt es ja dann immer entsprechend die Analysen. Wir können die Kryptowährung zum Beispiel hier entsprechend filtern und dann werden wir feststellen, Bitcoin hier die letztwöchige Analyse, die erscheint immer am Mittwoch. Es ist abrufbar einmal über die Webseite, beziehungsweise habt ihr auch die Möglichkeit, hier entsprechend über die X-Station abzurufen. Und da wird dann zum Beispiel thematisiert, warum sollte denn ein Bitcoin-ETF für Bitcoin polisch treibend wirken? Und da kann man zum Beispiel dann sehen, hier, dass ein gewisser Herr Schoenfeld, ehemaliger Leiter der International Equity Product Strategy bei Barclays, jetzt BlackRock, der hat Kapitalzuflüsse für den Kryptospace insgesamt von 150 bis 200 Milliarden US-Dollar skizziert, die folglich natürlich dann sich dahingehend widerspiegeln, dass eben beispielsweise Bitcoin diese Kapitalzuflüsse sieht, die natürlich dann kostreibend wirken und demnach entsprechend eben potenziell Bullishness eben befeuern. Und jetzt hat es darüber hinausgehend eben dann auch Entwicklungen gegeben. Nochmal, das ist ein Prozess, der dort voranschreitet. Zum Beispiel ist es so, Binance, die größte Kryptobörse und direkter Konkurrent von Coinbase an dieser Stelle, ist zum Beispiel, ausgehend vom gehandelten Volumen, der Referenzort, wo Bitcoin, der Preis festgestellt wird, ist im Fokus der US-Justiz. Die Staatsanwaltschaft ermittelt hier gegen Binance. Stichwort ist Geldwäsche beispielsweise. Auch gegen CZ, den CEO. Und da geht es jetzt um eine Zahlung von 4,3 Milliarden von Binance. Darüber hinausgehend CZ, der sich dann entsprechend wird verantworten müssen, vor Gericht eventuell sogar ins Gefängnis geht, gegen eine entsprechende Zahlung vielleicht zeitlich nicht überschaubar eventuell. Also sei es drum. Fakt ist auf jeden Fall einmal, diese Beilegung dieses Konfliktes jetzt oder dieser Ermittlungen deutet darauf hin, dass man eben versuchen möchte, offensichtlich Binance als den Referenzort für die Preissetzung von Bitcoin im Hinblick auf einen dann zugelassenen ETF, der natürlich hier eine entsprechende Rolle spielt, aus den Schlagzeilen zu bekommen, beziehungsweise aus den strafrechtlichen Ermittlungen zu bekommen. Und jetzt ist die Sache eben jene. Also Bitcoin hat in diesem Zusammenhang Bullischnitz zu sehen bekommen, aber irgendwie fehlt auch hier weiteres Momentum auf der Oberseite. Wir haben zum Beispiel hier weitere Aufschläge gesehen, das war Grayscale. Beispiel, da hat man schon gesehen, GBTC zum Beispiel, das ist ein Kryptovermögensverwalter, der hat ebenfalls gegen die SEC und eine Nichtzulassung seines ETFs geklagt gehabt und die SEC ist nicht mehr in Berufung gegangen, beziehungsweise ich glaube, es war so wie Berufung, es ist Revision gewesen, sei es drum. Fakt ist auf jeden Fall einmal, die Anzeichen verdichten sich zunehmend, dass da früher oder später das Go eben entsprechend kommt. So, jetzt kommt Coinbase. Coinbase profitiert davon, weil Coinbase ist eben der Verwahrer dann dieser entsprechend akkumulierten Bitcoins, im Falle jedenfalls eines BlackRock ETFs. Und infolgedessen sieht dann an der Stelle natürlich Coinbase ganz starke Aufschläge. Jetzt ist das Problem, in Anführungsstrichen, ich glaube nachhaltig, beziehungsweise durchaus ein interessanter Kandidat, sollten wir es schaffen, oberhalb hier der bis dato ausgebildeten Hochs uns zu stabilisieren. Ist durchaus vielleicht auch ein längerfristig interessanter Kandidat im Kryptobereich, oberhalb von 110 Dollar, haltend eventuell für dann weitere Aufschläge in den kommenden Monaten, vielleicht auch zurück bis in Gefühle um 200 Dollar eventuell, hier so eine Zwischenkonsolidierung, die sich dort ausgebildet hatte. Aber nichtsdestotrotz, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen, eben nach oben relativ stark überdehnt. Und genau diese starke Überdehnung, da würde ich dann sagen, könnte man oder sollte man eventuell kurzfristig mal darauf achten, ob nicht irgendwo so ein Crack in the Bottle sich ausmacht, das mich in irgendeiner Form aus dieser Extension zeigt, jetzt kommt keine weitere Nachfrage rein. Meine Linie im Sand aktuell, die verläuft ganz kurzfristig ungefähr um 118 Dollar Pi mal Daumen. Man kann das hier auf der 5-Minuten-Basis, auf der wir jetzt hier unterwegs sind, kann man das schon erkennen. Ich will das mal ganz kurz vielleicht auch hier einmal einzeichnen, in Form einer so grünfarbenen Linie mache ich das mal. Das ist einmal ein Support-Bereich, den wir gestern gefunden haben, ausgehend, wovon wir jetzt eventuell anfangen, ein tieferes Hoch auszubilden. Und darüber hinausgehend würde man erkennen, wenn man sich jetzt das Volumen, das durchschnittlich gehandelte Volumen anschaut, der volumengewichtete Durchschnittspreis, der verläuft ebenfalls roundabout um 118. Also das ist der gestern durchschnittlich bezahlte Preis. Auf diesen Run, den wir zu sehen bekommen haben in der Coinbase-Aktie, die gestern, wie gesagt, enorme Aufschläge gesehen hat, wie wir es ja hier erkennen können, von, das ist rund eine ATR, glaube ich sogar Pi mal Daumen, ATR vielleicht sogar ein bisschen mehr, ATR dürfte im Bereich um 7 Dollar Pi mal Daumen liegen, 8 Dollar ungefähr. Und ausgehend hiervon sehen wir dann mit einem Fall und halten unter der 118, dass die gestern hier auf diesen Zug und in diese Chase hineinkaufenden Marktteilnehmer unter Wasser gedrückt würden. Das wäre so die Überlegung, die hier zugrunde liegt. Das hieße, unterhalb von 118 haben die eventuell dann eine Motivation, ihre Position zu geben und das könnte eine Korrekturbewegung einleiten, eventuell gleich an einem Tag, wie gesagt, eine ATR, Größenordnung. Da können wir nochmal ganz kurz hier auf den Daily Chart gehen und dann machen wir hier nochmal kurz einen Indikator drunter, ATR. So, da gucken wir uns die letzten 22 Handelstage an, weil ein Monat ungefähr 22 Handelstage hat und dann sehen wir hier unten, zack, die ATR, achso, 5,70 Dollar nur. Ich bin aus etwas, okay, 5,70 Dollar, aber dennoch. Das sind ungefähr anderthalb zwei, zwei ATR sind es dann an dieser Stelle, Korrekturbewegung. Innerhalb eines Tages ist die Aktie gut dafür, eventuell innerhalb von mehreren Tagen könnte das ein Pull-In-Trade sein, sobald wir unterhalb von 118 eben handeln. Also Coinbase scheint ein interessanter Kandidat zu sein für ein kurzfristiges Korrekturplay. Dann wäre abzuwarten, ob wir oberhalb von 110 handeln. Wir werden es hier im guten Morgen besser gemeinsam mit XDB auf jeden Fall weiter beobachten. Das heißt meinerseits gewesen, happy trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.